Das Problem ist, was ich an der ganzen Sache sehe. Stellt euch mal vor, die Aliens kommen zur Deutschland. Die hätten doch gar kein Bock auf den ganzen Papierkram. Die wissen doch gar nicht, wie man so ein Faxgerät benutzt. Die haben keinen Bock auf die Scheiße. Die haben auch keinen Bock Strafen zu bezahlen. Mit dem UFO stehen sie leider hier zu lange. Wir müssen jetzt leider ihr UFO abschleppen. Da haben die doch keinen Bock drauf. Da fliegen sie doch direkt weg und sagen hier, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Also wenn die ersten Zichtungen und die ersten Aliens nach Deutschland kommen, die werden unseren Planeten vernichten. Die werden sich auch die anderen Länder nicht mal angucken wollen, weil das wird denen dann reichen. Was zur Hölle geht gerade in oder besser gesagt über Deutschland vor sich? Dies ist eine Frage, die sich derzeit tausende Menschen nicht nur hier in Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt stellen. Und zwar, weil dieses Jahr bzw. das vergangene Jahr 2000... Witzigerweise, ich stelle mir ganz die Frage, wie soll ich weiter diese Heizkosten bezahlen? Wie soll ich weiter die Mieterhöhungen bezahlen? Das ist gerade, da sind mir die Ehlen scheißegal. Wenn die jetzt hier mit ihrem Plastergewehren rumlaufen und alle abballern, das ist mir scheißegal. Ich stelle mir wichtige Fragen im Leben. Wie bezahle ich die nächste Heizkostenabrechnung? Wie bezahle ich die nächste Mieterhöhung? Wie bezahle ich die nächste Erhöhung von... von... von Wasser? Ne, das ist... ...2023 über Deutschland etwas unfassbar gruseliges beobachtet wurde und das immer und immer und immer wieder. Und zwar kam es im letzten Jahr dazu, dass sich die Anzahl an gruseliger UFO-Sichtung verdoppelt hat im Vergleich zum Vorjahr. In dem Jahr, in dem David Grush an die Medien, an die Öffentlichkeit ging und davon sprach, dass eben Außerirdische echt sind, dass UFOs echt sind, kam es zeitgleich in Deutschland und allgemein weltweit zu einem unfassbar starken Anstieg an Sichtungen von Außerirdischen, die hier auf der Erde sind, aber auch an UFOs oder anderen Flugobjekten, die nicht erklärt werden können. Und in wenigen Ländern ist das Ganze so drastisch und deutlich wie hier in Deutschland. Denn vielleicht habt auch ihr schon im Internet diese Meldung irgendwo gelesen, dass in Deutschland doppelt so viele UFOs gesichtet wurden, wie in den vergangenen Jahren. Und die Zahlen hier sind wirklich krass. Denn normalerweise müsst ihr wissen, haben wir im Jahr schon relativ viele UFO-Sichtungen. Wir reden da häufig so von 300 bis 400 Stück. Das Ganze ist allerdings erst in den letzten Jahren so, denn vor einigen Jahren lag die Zahl noch deutlich deutlich niedriger. Eher so bei maximal 100 bis maximal 200 Sichtungen im Jahr. Doch dieses Jahr kam es zu über 800 Sichtungen von außerirdischen Raumschiffen und anderen seltsamen, unerklärlichen Himmelsphänomenen. Und mir wurde eine Sonde in den Hintern eingepflanzt. Ne, das Problem ist immer so, also ich bin der Meinung, da könnt ihr mich jetzt auch verheten oder ne, ist mir scheißegal, ihr könnt schreiben, was ihr wollt, aber ich bin der Meinung, wir werden definitiv nicht die einzigen sein, die sich auf dem Planeten entwickelt haben. Wir kommen, wenn man so nimmt, die Aminosäuren, wir kommen so oder so von der Ursuppe. Wir sind hier runtergeplumpst und haben uns hier evolutionsbedingt entwickelt. Die Frage ist halt, wenn wir von Aliens beobachtet werden, ne, also wenn uns Aliens andere Rassen schon gefunden haben, die von der Technologie schon so weit wären, dass die uns besuchen könnten, warum zeigen die immer nur ihre Raumschiffe? Warum zeigen die sich nicht allgemein? Also haben die einen galaktischen Rad? Gibt es da, äh, haben die eigene Regeln? Warten die auf irgendwas, dass wir ins nächste Zeitalter, ähm, also in die Typ 3, ähm, Dings aufsteigen, Menschheit aufsteigen? Also auf was warten die? Und die andere Frage, die ich immer sehr oft stelle, weil jeder kennt das ja, wenn man draußen mal rumläuft, da sieht man halt auch mal seltsame Objekte am Himmel und ich habe wirklich auch schon Dinger gesehen und da denke ich, da habe ich mir auch selber gedacht, alles klar, ich muss definitiv ganz schnell, ähm, in die Psychiatrie. Das könnte natürlich auch alles, äh, von Militär sein und das Militär, ob das jetzt das Amerikanische, das Deutsche, ne, äh, ob das jetzt direkt von Rammstein kommt. Die freuen sich ja darüber, wenn die Leute eher über Ufo-Sichtungen berichten anstatt über neue, äh, äh, militär, militärische Technologien. Würde ich jetzt einfach mal so ganz krank behaupten. ...die die Leute, die das Ganze mit angesehen haben, einfach nicht verstanden und sich nicht logisch erklären konnten. Ihr müsst wissen, diese Zahl über 800 Sichtungen ist unfassbar krass. Guckt man sich einmal die vergangenen Jahre an, wird eine Sache auffallen. Und zwar, dass eben in diesem Jahr die Zahl sehr hoch ist, aber scheinbar nicht so hoch wie im Jahr 2020, der Beginn der Corona-Pandemie. Dort wurden tatsächlich über 900 Ufos am Himmel gesichtet und ich habe damals auch ein Video darüber gemacht. Doch tatsächlich gibt es einen entscheidenden Unterschied, warum die Sichtungen des letzten Jahres deutlich, deutlich krasser sind als die Sichtungen, die im Jahr 2020 getätigt wurden. Denn ein Großteil aller Sichtungen, die 2020 gemacht wurden, waren tatsächlich Starlink-Satelliten von Elon Musk. Damals kam es eben das erste Mal dazu, dass diese Starlink-Satelliten über den Nachthimmel auf der ganzen Welt flogen und auch hier in Deutschland war in sternklaren Nächten immer und immer wieder diese Satellitenkette zu sehen, die über den Himmel flog. Damals, wo die Leute noch nicht Bescheid wussten, was das Ganze ist und das unfassbar seltsam aussah, gingen viele von Ufos aus und meldeten das auch als angebliche Ufo-Sichtungen, als angebliche Sichtungen von Raumschiffen. Dieses Jahr ist das Ganze ein wenig anders. Auch dieses Jahr gibt es wieder sehr, sehr viele Sichtungen von Starlink-Satelliten, die als Ufos klassifiziert wurden. Das bedeutet, man kann also ungefähr 100 Sichtungen von den 800 streichen, aber damit bleiben wir immer noch bei über 700 Sichtungen, die in Deutschland gemacht wurden, von Raumschiffen oder anderen Dingen, die am Nachthimmel waren. Und diese gruseligen Sichtungen wollen wir uns einmal genauer angucken, beziehungsweise... Jetzt mal ohne Spaß. Ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich gehe spazieren, gucke, wenn es mal funktioniert, wenn die Smogwolke mal nicht so heftig ist, gucke ich mal hoch in den Himmel und sehe einen Alien. Dann sagen sie zu mir, bleiben sie bitte hier stehen, wir würden jetzt gleich landen und sie entführen wollen, weil wir ihre DNA, keine Ahnung, extrahieren wollen oder überprüfen wollen, keine Ahnung, irgendwas mit mir machen wollen. Wo rufe ich dann eigentlich an? Ich kann ja die Polizei anrufen, hier, kommen sie mal bitte mit ihren Knüppeln, knüppeln sie mal bitte hier das Raumschiff nieder. Also, wo ruft man da an oder ruft man direkt in der Behörde an, die für die Raumfahrt allgemein zuständig ist? Und was macht dann die Behörde? Sagen die dann zu dir am Telefonieren, die haben einfach nur ein zu viel im Tee? Da sagen sie, passen sie auf. Ich habe heute nur Wasser getrunken, ich weiß, in Leitungswasser ist auch ein bisschen Crystal Meth drin und so. Und ich weiß, da sind auch einige andere Substanzen drin, aber ich bin eigentlich klar bei Verstand. Also, ich glaube, an sich wird es noch mehr Sichtungen geben, viel, 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 viel mehr Sichtungen geben. Nur die Leute wissen nicht, wo sie anrufen sollen und vor allem die Leute haben Angst, wenn sie irgendwo anrufen, dass die vielleicht für psychisch gestört gehalten werden und dann sagt ein Richter so, ja, die werden erstmal zwangseingewiesen. Ich glaube, die schwarzen Zahlen von Sichtungen sind definitiv viel, viel, viel höher. Also, ich würde jetzt schon weitaus über 1000 Sichtungen ausgehen. ...mit Hilfe von CNAP. CNAP ist ein Unternehmen bzw. eine Organisation, die sich darum kümmert, eben den Nachthimmel zu beobachten und solche Vorfälle, solch gruselige Sichtungen eben aufzuklären. Und sie haben eben diese ganzen unterschiedlichen Sichtungen katalogisiert und haben im vergangenen Jahr sehr viele Anrufe gekriegt von besorgten Einwohnern Deutschlands. Dabei gab es eben teilweise an Tagen nur ein paar wenige Anrufe, ein, zwei oder so. Aber es heißt in einer Quelle sogar, dass an manchen Tagen über 60 Anrufe dort eingingen, weil Leute Raumschiffe oder andere Objekte am Himmel sahen. Man muss an dieser Stelle allerdings eine Sache ganz vorsichtig sagen. Denn es ist tatsächlich so, dass weltweit dieses Jahr unzählige, gruselige Ufos am Himmel zu sehen waren. Tatsächlich tauchten überall auf der Welt, über Europa, über Mexiko, über den USA und sonst wo, Raumschiffe auf, die man sich nicht erklären konnte. Oder eben Ufos, die man sich nicht erklären konnte. Es gab so zum Beispiel zuletzt ja diese Sichtungen im Irak, wo eben ein Raumschiff gesehen wurde oder ein seltsames, quallenförmiges Objekt, welches über die Kamera flog und wo unterschiedlichste Soldaten der USA gesagt hatten, dass sie eben dieses Objekt schon extrem häufig beobachtet hatten. Es gibt sogar im Internet eine Aussage von einem Soldat, der behauptete, dass eben dieses quallenartige Objekt nicht benannt wurde. Okay, also man könnte natürlich jetzt sagen, obwohl das mit der Spiegelung etwas schwieriger wäre. Aber man könnte natürlich auch hier sagen, dass es vielleicht ein Fehler von der Kamera selber ist. Aber ich denke mal, das quallenförmige Objekt wurde von mehreren Kameras erfasst. Man könnte jetzt auch sagen, dass es vielleicht genau an dem Punkt, wo sie immer drüber fliegen und das seltsame Objekt sehen, dass da zu komischen Spiegelungen kommt. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben bei uns einen Punkt und wenn man da Richtung Horizont guckt, spiegelt sich zum Beispiel die Autobahn und das sieht wirklich so aus, als würde man fliegende Lichter sehen und was übrigens viele auch immer denken. Also die zum Beispiel da mal spazieren gehen, die kleinen Schock bekommen. Oh, da hinten sind überall Ufos und das ist einfach nur eine Spiegelung direkt von der Autobahn. ...werden durfte, sprich, dass ihm aktiv gesagt wurde, er dürfte nicht darüber sprechen, wenn er dieses seltsame Objekt auf den Kameras erblickt. Und zusammen dazu gab es noch viele weitere Sichtungen. Von eben zum Beispiel Außerirdischen, die sich irgendwo in dem Ödland von Mexiko versteckt hatten, bis hin zu Ufos, die jetzt vor kurzem über Russland aufgetaucht sein sollen und die angeblich eine Art Teleportationsportale eröffneten. Diese Sichtungen weltweit sind gruselig und sie werden immer mehr, aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass alle 700 Sichtungen tatsächlich echte Raumschiffe sind. Denn, wie ich ja gesagt habe, kümmert sich CNAP darum, dass sie das Ganze sich genauer angucken, dass sie eben herausfinden, was davon sind wirklich Ufos bzw. was für logische Erklärungen gibt es. Und so sagen sie immer, was die wahrscheinlichste Antwort ist, was die Leute hier gesehen haben. Denn in den allermeisten Fällen, wenn Ufos gesichtet wurden, handelt es sich dabei nur um eine Fehlinterpretation. So kam es zum Beispiel dazu, dass Leute die Starlink-Satelliten sahen, wie ich ja gesagt hatte. Oder dass sie Himmelslaternen gesehen hatten. Es gab auch einige Vorfälle, wo Leute eben Ufo-Sichtungen gefälscht hatten. Dann wurden immer wieder Helikopter, Drohnen oder Flugzeuge als Ufos fälschlicherweise erkannt. Und es kam dieses Jahr extrem häufig dazu, dass Planeten fälschlicherweise als Ufos anerkannt wurden. Ihr müsst wissen, viele Leute wissen tatsächlich nicht. Ich glaube in der Zeit der Drohnen, da kann man ja mit den Drohnen auch ganz gut die Leute abends verarschen. Wenn man die Drohne und ich habe schon übelst geil designende Drohnen gesehen. Ich habe wirklich schon Drohnen gesehen, die sehen wirklich aus wie so ein Raumschiff. Und ich denke mal, dass man, wenn man eine bestimmte Höhe erreicht hat und die Lichter auch so designt, dass es halt wirklich aussieht, als wäre es vielleicht ein Ufo, also nicht identifiziertes Objekt. Unidentifiziertes Objekt. Ne, also ich glaube mit Drohnen kann man, also ich denke auch viele, viele davon sind bestimmt, äh, Thronsichtungen, ne. Wo sich vielleicht so ein, so ein Thron-Enthusiast, so ein Thron-Hobby-Typ sich einen Spaß draus gemacht hat. Ich würde es machen. Wenn ich der Drohne hätte. Wenn ich der Drohne hätte. Wenn ich Geld hätte. Selbst bei guten Wetterbedingungen ein Planet am Himmel gesehen werden kann. Es ist so also möglich, dass man zum Beispiel den Jupiter oder den Mars gesehen hatte. Und da die Leute nicht wussten, was das jetzt war, weil es nicht aussah wie ein Stern, aber auch nicht wie ein Flugzeug oder ähnliches, gingen sie direkt an erster Stelle von einem Ufo aus und hatten es deswegen gemeldet. Dies sind nur einige von vielen, vielen unterschiedlichen falschen Sichtungen, die gemacht werden, wo besorgte Leute denken, sie hätten ein Alien-Raumschiff gesehen. Doch es gibt eben auch unterschiedlichste Sichtungen, die nicht erklärt werden können. Die Seite CNAP ist allgemein, so wie ich es herausfinden konnte, relativ streng. Sie gehen wirklich sehr stark davon aus, dass diese ganzen Sichtungen immer einen logischen Grund haben müssen. Sie gehen nicht wirklich davon aus, dass es Raumschiffe sind, dass es Aliens sind, die uns besuchen. Aber man muss eine Sache ganz klar sagen. Es gab auch zwölf Sichtungen dieses Jahr, beziehungsweise vergangenes Jahr, die nicht von CNAP erklärt werden konnten. Teilweise kann das daran liegen, dass man einfach nicht genügend Informationen hat zu diesen Vorfällen, wo sie genau stattgefunden haben und wann sie stattgefunden haben. Aber es kann eben auch bedeuten, dass manche dieser Sichtungen so seltsam waren, dass selbst eine gründliche Analyse des Filmmaterials oder der Fotos nicht ausreichend war, um herauszufinden, um was es sich dort handelt. Es gibt also von diesen unzähligen UFOs zwölf Sichtungen, die über Deutschland gemacht wurden, die eventuell wirklich Raumschiffe sein können. Es gibt allerdings viele im Internet, die behaupten, dass auch viel, viel mehr dieser Sichtungen Raumschiffe sein werden und dass CNAP vielleicht einfach nur wirklich streng beurteilt oder teilweise auch direkt davon ausgeht, dass so etwas Übernatürliches wie Aliens nicht existieren kann und deswegen diese Überlegung gar nicht erst zulässt. Darum möchte ich jetzt selber gerade gar nicht so drüber urteilen. Es kann natürlich sein, dass die sehr wissenschaftlich rangehen und deswegen auch nicht gerade solche Überlegungen wie Außerirdische oder sonst was zulassen. Aber eventuell haben sie eben auch ganz klar Belege dafür, dass es keine Raumschiffe waren. Aber sollte man nicht wissenschaftlich davon ausgehen, dass es Ehens geben muss, wenn man jetzt davon ausgeht, man arbeitet bei CNAP und ich kann mir kaum vorstellen, dass da Leute arbeiten, die sagen, ja, ich glaube nicht an UFOs und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie andere Rassen gibt, andere besiedelte Planeten. Ich denke mal, die meisten haben da schon so ein Interesse dran, wirklich auch UFOs Sichtungen herauszufinden. Und als Wissenschaftler muss man doch davon ausgehen, also wie schon gesagt, wenn man jetzt von der normalen Theorie ausgeht, dass wir als Aminosäuren mit den Kometen auf die Erde gekommen sind, muss man doch irgendwie davon auch ausgehen, dass die Aminosäuren, mit denen wir auf den Planeten gekommen sind, dass der nicht nur auf den einen Kometen war, sondern dass auf mehrere Kometen solche Aminosäuren waren. Und dass es definitiv auch mehrere Planeten, vielleicht nicht unbedingt unser Sonnensystem, sondern weiter weg, definitiv geben muss, die dieselbe Struktur haben wie unser Sonnensystem. Also wirklich so mit der Anreihung von den einzelnen Planeten. Und also ich würde als Wissenschaftler immer davon ausgehen, dass wir definitiv nicht die Einzigen sein werden. Wie man jetzt Leben definiert, keine Ahnung, also man könnte jetzt auch sagen Einzeller und sowas ist Leben, aber das ist ja trotzdem Leben. Aber ja, schwierig, dass jetzt ein Einzeller mit einem Raumschiff hierher kommt. Denke ich eher weniger. Oder so ist es bemerkenswert, wie viele neue UFOs über Deutschland gesichtet wurden. Und viele Leute bekommen deswegen jetzt gerade Panik, weil es eben zu einer Zeit passiert, wo allgemein die UFO-Nachrichten stark durch die Decke gehen. Ich hatte ja im vergangenen Jahr mehrere Videos über David Rush gemacht. Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, der eben darüber sprach, dass er Beweise hat, beziehungsweise zu 100% weiß, dass Raumschiffe echt sind, dass die USA davon Bescheid weiß und dass sie sogar im Besitz sind von abgestürzten Raumschiffen und Alien-Lebensformen, beziehungsweise von ihren Überresten. In genau dieser Zeit, wo diese UFO-Sichtungen seltsamerweise sich weltweit immer und immer mehr anhäufen, wo immer und immer mehr unerklärliche Fälle hervorkommen, kommt es eben auch zu den Aussagen von Rush. Guck mal, nicht böse gemeint, aber selbst die Aliens, selbst die Aliens haben keinen Bock, in Deutschland gesichtet zu werden. Selbst die Aliens, selbst andere Rassen, die sich auf andere Planeten hochgearbeitet haben, ne, aber die sich entwickelt haben, selbst die sagen sich Deutschland, ne, da wollen wir nicht gesichtet werden, wir wollen mit Deutschland nichts zu tun haben. Immer mehr unerklärliche Fälle hervorkommen, kommt es eben auch zu den Aussagen von Rush. Viele Leute sind sich sicher, dass dies nur ein weiterer Schritt ist in die Richtung, dass es eben bald zu einer Art Auflösung kommt. Viele Leute vermuten, dass dies jetzt quasi eine weitere Randführung ist, dass jetzt immer und immer mehr Außerirdische die Erde besuchen, weil es bald zu einer öffentlichen ersten Kontaktaufnahme kommt. Dies ist natürlich nur eine Verschwörungstheorie aus dem Internet, eine Spekulation, für die es keinerlei Beweise gibt. Leute vermuten einfach nur, dass, wenn Raumschiffe plötzlich häufiger auftauchen, dass dies auch einen direkten Grund haben muss. Warum sollten sie auf einmal jetzt so oft auftauchen und haben das nicht schon vorher getan? Manche Leute vermuten sogar, dass es Gerüchte darüber geben soll, dass die Außerirdischen gerade die Erde so gründlich beobachten, weil die Erde an einem Art Scheide- oder Wendepunkt ist. Es heißt, dass die Außerirdischen verhindern wollen, dass es auf der Erde zu einem Nuklearkrieg kommt, weil dies dazu führen könnte, dass die gesamte Menschheit... Oder die wollen unsere Entwicklung verhindern. Vielleicht gab es schon vor uns schon Zivilisationen, vielleicht auch sogar, ne, das wäre jetzt auch eine Verschwörung, da gibt es ja auch eine Verschwörungstheorie, dass es auf unserer Erde schon eine andere Zivilisation gab, die sich sehr hoch entwickelt hat. Und vielleicht gibt es ja bestimmte Rassen, die sehr hoch entwickelt, sehr, 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 sehr hoch entwickelt sind und dafür zuständig sind, das Gleichgewicht im Universum zu behalten. Und wenn wir auf dem Scheidepunkt sind, dass wir wirklich irgendwann andere Planeten kolonisieren, ob es jetzt von Forschungswesen her ausgeht oder ob es jetzt wirklich darum geht, dann eine neue Zivilisation zu starten, vielleicht wollen die das ja verhindern, dass wir andere Planeten zerstören, andere Planeten abfarmen, also die Ressourcen von den anderen Planeten und wollen, weil wir ja gerade, wir sind ja auch mit SpaceX, mit dem Programm, sind wir ja wirklich kurz davor, andere Planeten besiedeln zu können. Vielleicht wollen sie genau das verhindern, vielleicht wollen sie es nicht, dass wir uns weiterentwickeln und vielleicht werden wir vorher noch zerstört, also vielleicht wird unsere Zivilisation oder zurück wieder ins Mittelalter geschleudert, also sprich, die zerstören hier alle technologischen Dinge und vielleicht auch alle Menschen und dann fängt das wieder von Neuem an. Also vielleicht sind die dafür zuständig, dass man den Zyklus auf den einzelnen Planeten, wenn es noch andere Planeten gibt, die so aussehen wie, oder die besiedelt sind, so wie unsere Planeten, dass sie dafür zuständig sind, wenn eine bestimmte Rasse sich zu weit entwickelt, dass die Rasse dann eingedämmt wird und vielleicht wieder sogar so weit zurückgeschleudert werden, dass hier die Evolution in Anführungszeichen von Neuem beginnt. ...ausgelöscht wird. Viele vermuten also, dass die Außerirdischen uns besuchen, um auf Nummer sicher zu gehen, um zu überprüfen, dass wir uns nicht selbst quasi das Leben zerstören. Wie gesagt, ob das stimmt, kann ich euch nicht genau sagen. Es ist letztendlich eine Verschwörungstheorie, aber es ist ein interessanter Gedanke, über den man mal nachdenkt. Vielleicht wollen die uns auch abformen. Mich würde auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, dass tatsächlich seltsame, unerklärliche Flugobjekte über Deutschland aufgetaucht sind, die vielleicht außerirdischen Ursprungs waren? Und habt ihr vielleicht schon selber einmal eben so ein UFO am Himmel gesehen? Eure Meinung würde mich sehr interessieren. Schreibt sie gerne in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss. Tschüssi. Ich finde solche Themen unfassbar geil und ich belese mich ja auch gerne, in solche Themen belese ich mich übelst gerne auch rein. Und ich kenne unfassbar viele Verschwörungstheorien mit den Echsenmenschen, dass da geht, die Serie, dass die gemacht wurde, nur um von den echten Star geht abzulenken. Und Pipapo, es gibt ja unfassbar viel, ne, die flache Erde-Theorie. Es gibt aber auch einfach Verschwörungstheorien. Zum Beispiel das mit der Zivilisation, dass es vielleicht schon eine Zivilisation gab es auf unserer Erde, die vielleicht schon hochentwickelt war, die ja möglich sein kann. Ne, also auch da gibt es ja interessante Ansätze und ich sage jetzt nicht, dass ich an solche Verschwörungstheorien glaube, aber auch da gibt es interessante Ansätze, die doch schon dahin tendieren könnten. Denn, bestes Beispiel ist einfach mal der Fall Rom, ne. Ja, klar, große Zivilisationen, die haben viele Zivilisationen oder viele, viele andere Länder haben die unterjocht und es kam ja zu mehreren Aufständen, bestes Beispiel Hannibal, ne, Spartacus Aufstand, also der Sklavenaufstand und so weiter und so fort. Und, ne, wo dann Rom gefallen ist komplett in seiner Gänze, ist ja die Technologie auch von Rom verschwunden. Weil vielleicht auch die Ingenieure verschwunden sind und die Leute wussten einfach nicht, wie man mit einem Aquädukt umgehen soll, wie man mit einer Kanalisation umgehen soll. Trotzdem finde ich selber, also da bin ich vielleicht so ein kleiner Verschwörungstheoretiker, dass von heute auf morgen so unfassbar viel Technologie, so unfassbar viel Technologie einfach so verschwindet, fragwürdig. Weil irgendjemand, irgendjemand, selbst wenn alle Ingenieure von Rom gestorben wären, wenn alles zusammengebrochen wäre, irgendjemand muss sich ja danach trotzdem befasst haben und sich mal so ein Aquädukt angeguckt haben und vielleicht sich selber da einen Plan gemacht haben und überlegt haben, okay, gute Idee so, dass man Wasser von A nach B transportieren kann über eine längere Strecke. Das ist natürlich auch so fragwürdig, ne, also wie kann das sein, dass einfach mal so eine Masse an Technologie, also Aquädukte, das ist ja nur einer der, sag ich mal, größten Technologien, aber es gibt ja noch viel mehr, ne, wie sowas verschwinden kann. Naja, bestes Beispiel bei uns, wir haben zum Beispiel die, die ganzen Brunnen-Installationen, ist ja auch noch, sind ja auch noch die Installationen von, von den Römern, also, ne, die Baupläne und sowas, wie die Römer damals die Brunnen und sowas betrieben haben und sowas und genauso werden ja heute große Städte ja auch noch gebaut, ne, in dem Schema. Ja, warum sind wir ins dunkle Mittelalter gestoßen, ne, wie ist es, also, weiß man nicht, vielleicht hat da ja, also, ne, wie schon gesagt, ist einfach jetzt nur dummes Gequatsch, aber vielleicht hat da ja damals schon irgendwie irgendeine Rasse, ähm, also irgendwelche Aliens gesagt, ne, okay, die sind jetzt gerade an so einem Entscheidepunkt, die entwickeln sich hier einfach viel zu schnell, viel, viel zu schnell und wir müssen da ein bisschen, äh, mit eingreifen, dass die vielleicht nicht zu schnell, äh, in, in die, in Typ-3-Zivilisationen kommen, also sprich, dass wir den Weltraum besiedeln können. Keine Ahnung, das ist jetzt nur ein dummes Gedankengut von mir, ähm, ich beschäftige mich halt gerne damit, ich, ich bin der Meinung und jeder, der glaubt, das ist anders, ich bin, ja, also, weiß ich nicht, ich bin der Meinung, wir werden definitiv nicht die Einzigen sein im gesamten Universum, also, ähm, jeder, der das glaubt, also, ja, also, kann man ja gerne glauben, ich glaub's definitiv, ne, also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich die Einzigen sind, ne, von den Aminosäuren und alles drum und dran, von der Evolution her, dass wir uns, äh, oft auf den Planeten anpassen konnten und sowas, ähm, glaub ich einfach nicht, glaub ich einfach nicht. Und vielleicht so, wie wir hier Leben definieren, wird vielleicht woanders, ne, jetzt gehen wir wieder zur Chaos-Theorie, vielleicht ist da, wird da Leben anders definiert von der Chaos-Theorie, ja, also, vielleicht gibt's da Gesteinsmenschen, was wir uns gar nicht vorstellen können, äh, dass sie bestimmte Elemente haben und diese Elemente greifen übereinander, sodass, dass, dass, dass dann die Rasse unter bestimmten anderen Aspekten überleben kann, also, zum Beispiel, ne, im Bereich der Radioaktivität, wissen wir alles nie, ne, also, wir werden es bestimmt irgendwann herausfinden, wir werden auch herausfinden, vielleicht sind wir ja wirklich die, die Gottesgeschöpfe, die die Ersten sein werden, die, die Planeten, äh, kolonisieren werden, aber selbst dann sind wir der Anfang von, 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 ähm, einer großen Rasse. Also, die Menschen zum Beispiel, Beispiel jetzt auf dem Mars, werden sich definitiv anders, evolutionsbedingt und, und, und planetenbedingt anders entwickeln als wir. Die haben andere Gene, die DNA wird sich da verändern, vielleicht auch das Aussehen wird sich verändern, und wegen den Sandstürmen kriegen die irgendwie eine bestimmte Haut, äh, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, aber eine bestimmte Haut, ähm, die hier gar nicht funktionieren würde, ne, also, dass ihr ungefähr so wisst, wo, ne, also, vielleicht sind wir ja auch der Anfang von Aliens, aber, ja, wir werden es sehen. So, jetzt habe ich genug gelabert, das war ein unfassbar spannendes Video, guckt unbedingt das Originalvideo an, lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst WhatsApp da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, haut rein und tschüss.